Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal auf lachana.net wieder. Das habe ich schon abgeholt. Die zweite Rechette fahrt hin in der Weihnachts- Tannenbaum. Kennst du ihn? Ich hatte mir ein Geschenk für Thaisicht. Thaisicht war 1,1 Monat. Und dann habe ich ein Geschenk bekommen Thais. Normale Kisten. Was ist das? Schmutz. Nammenschild. Ja. Essen. Schmutz. So. Oh. 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 2 und ja ach ja vor zwei heilte ich mach keinen sinn so ich gehe mal auf mein ein plot oder die noch so mein zu hause das ist schon das zu hause also meine vorstellung mit terraformen hier alles die bäume abheißen ich wollte kann man auch gut nicht entspannen heutzutage blätter so ab machen das weiß ich ja schon mal ich nehme beispiel ist noch auf mein anderer schlug auf dem welt so die kisten ist nicht stehen hier stehen hier ein ofen schreien bogen erster event erster vent meine so der schahit machen und essen packe ich mal weg so dann dann m m p aber so kaufen 300 wie viel habe ich 200 kann ich mir nicht leisten 900 ok das ist neu hier ist unter der admin shop benutzt du mir den handlegende hinterher und du brauchst das ja ok wo verhäst du denn jetzt hier nochmal ah 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 und mein und 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 dann laufe ich gut dann laufe ich einfach da runter auch kein problem das haus das muss ich mal hier das ist das dann muss ich also ich brauche schein erde nicht kann man erde und schreien gut zu wissen wo ist der schatz meister schatz meister schatz meister ist hier gewesen die einverdächtigte aber die tool ist etwas leer schon etwas schon her schatz meister war unten schatz meister schatz meister abgeblieben die laufe und dann einfach mal drauf scheinen so ach ja interessant ein laden bitte versuche es gleich erneut ach ja so schatz meister schatz meister schatz meister d 3, 4, 6 zum Hals, 1, 2, so. Dann brauche ich schon mal. Gibt es Eisen für 300, kann man keine losereisen bekommen? Dias, Taufvater. Eisen, 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 Leder, Papier, das ist kein Papier, das ist einfach nur Versauberung. Das ist richtig viel Eisen. Schadgebot 200. 200. 200. 100, Schadgebot 150, 200. 300. 300. 300. 300. Fehlt mir noch. Aber ich habe 5 Eisen. Die 5 Eisen schmelze ich erstmal ein. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3, 2, 4, 3, 4. bekommen post eine 8 und eine schaufel zwei schaufel und eine ein paar bäume schmelz doch ein so dann brauche ich mal erde kann man nicht nachgucken welche schraub so 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ja ich bin thema formen ich habe eine gesäuze schon wieder Zornig. So, gleich verabschieden und dann 600 und dann und dann gebe ich noch 1,6 abbauen, auch kein Problem, dass ich euch erst noch Geld verdienen, auch das arbeiten, die herformen. So. So. Ich brauche mal eine neue Schaufel. Eisen, mein Ofen nicht fertig, Eisen. So. Eisen. So. Eisen. So. Polnisch, Polnisch, Polnisch. Polnisch. So. So. Ähm, die Schaufel ist kaputt, dann muss ich aber die neue Schaufel. So. 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 so habe ich auf aufgabe fertig danach sand sand hier steckt sand ich probiere mal so viel sand hier zu bekommen 50.000 postage fragt immer los hat mir etwas geld zugeben Ich finde sie nun sehr dampfer auf Nathana.net Oder eine Farbe zu schauen oder keine Ahnung Die Preise ist ja echt sehr hart 50.000 Fasten ich weiß dann ist der sand schon fertig ok ich kann auch mal die sand machen wird machen Eins, zwei, drei. Ah, das ist meine Schlauchel verputzt. Ich kann gerade eine neue machen. Aus Eisen. Ah, ich kann Trish jetzt eigene Sachen kaufen. Also hier ist meine Riesentaufgabe fertig. Das ist so, dann. Hm. Ein, zwei, drei, vier. Sand. Eins, zwei, drei, vier ist nicht so. Also hier bekomme ich dafür drei. Hier noch was heiß. Hier bekomme ich mehr. Hier bekomme ich mehr. Ein, zwei, vier, vier. Warte. Nee. So, fertig. Ich muss erst mal was kaufen, dann kann ich weiter Geld einnehmen. 150 x 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. 400. 400. 400. 400. 400. 500. 500. 400. 50. 150. 400. 300. 400. 500 300 300 300 300 300 hier 300 300 300 300 Drial mode. Okay, dann kauf ich. Der Heft kauf 300. Eisdelt, Eisenblöcke kauf ich. 300 ist ziemlich gut sogar. Dann machen wir jetzt eine Spitzhacke. Holz, Spitzhacke reinholen. Ähm. So. Aber das war's auch für diese Folge. Lass doch gerne einen Daumen nach oben und da und abonnieren nicht vergessen. Tschüss.